UNTERTITELUNG 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 Er kann jetzt niemand mit den Hühnen rumrennen. Ey, arme Hände! Ein Hahn so weiss wie Schnee. Er lebt jetzt nicht mehr jeder. Er geht gut, gar nicht mehr so weit. Wenn er am Ranzen jetzt liegt. Die Händen sind so traurig. Der Köln war so furchtbar stark. Die Händen weinen heimlich. Denn er kriegt ein Herzinfarkt. Die Händen sind voll entsetzel. Wer wird ihm den Hahn jetzt nur ersetzeln? Kögel, der ist tot. Kögel, ganz tot. Er ist mausetot. Niemand macht mehr Kokkati. Er ist so blass, sich so krass. Und Hühner heulen sich taugenass. Oise, oise, Kokköl. We will oise, Kokköl. Erst wenn ein Hahn nicht mehr kräht wie ein Hahn, dann ist er jenseits vom Leben.